Unnarzisten haben Angst vor Menschen, die sich ihrer Steuerung entziehen, weil sie auf eigenen Beinen stehen und sich ein eigenes Urteil bilden. Und genau das können sie mit diesem einen Satz erreichen. Es ist wichtig, dass sie in einem ernsten Ton sagen und nicht kommentieren und nicht abschwächen. Also, sagen sie zu dem Narzisten. Ich habe durchschaut, was du hier abziehst und ich kann dir nur sagen, Du kannst mich beschenken oder bedrohen, in den Himmel heben oder in die Hölle wünschen. Du wirst bei mir nichts mehr damit erreichen. Ich bin durch mit dir.